So Leute, das ist mein erster Livestream mit dem Setup. Für alle Leute, die zuschauen, das ist mein erster YouTube Livestream, deswegen kann es sein, dass Arthur zwischendurch anruft und mir sagt, was ich falsch mache, falls ich mich hier blamiere oder so. Das Setup, was Moist mir gebaut hat, das erste Mal live, neues Setup in Jungfahrt, das ist gut gesagt. Immer schön mit Z-Plus, Kolonne, Hände desinfizieren, die Zeiten sind hart. Man kann mich auch gerade sehen, aber ich habe hier einen PC, ich habe hier so einen PC, wo ich eure Kommentare sehe, hier habe ich einen PC, wo ich euch was zeigen kann, theoretisch. Ich bin noch am üben, Leute, das ist mein erster Livestream. Guck mal Leute, ich habe immer bauernmäßig mit GoPro gedreht oder mit PC. Der Moist hat mich dann gezwungen, der Moist hat gesagt, hör mal zu Matthias, so geht die Scheiß nicht mehr weiter, wir kaufen jetzt ein Equipment und dann streamst du mal richtig. Aber ich bin noch neu, das ist gerade wie mein erstes Mal, kennt ihr wahrscheinlich alle vom Sex-Akt. Beim ersten Mal ist alles noch ein bisschen kompliziert. Und ich habe jetzt hier, sehe ich euch, da sieht man mich laufen, da könnte ich euch Sachen zeigen und so weiter und so fort. Die ein oder andere Reaction werde ich machen. Guck mal Leute, ich werde noch Aufklärung machen, ich werde noch viele Leute zerreißen, ich werde noch viele Firmen diskreditieren. Ne, eigentlich nicht, einfach nur kritisieren. Aber momentan ist das ja mein erster Test-Livestream. Deswegen halten wir heute mal den Ball noch flach. Dieser Livestream wird jetzt das letzte Jahr komplett bleiben. Entschuldigung, der ist jetzt installiert, der ist jetzt bereit, den werde ich jetzt durchknallen. Ich kann das Set-Up nicht erklären, Moist hat das gemacht. Das ist eine Sony-Kamera, das ist ein Mikrofon von Schuhe. Dann habe ich hier so ein Ding, so ein Mischpult. Also war ich mit Moist am Kaufen, dann habe ich hier meinen normalen PC und dann habe ich hier so einen zweiten Bildschirm. Den Rest müsst ihr Moist fragen. Woher weiß man, dass die Amazon-Bewertungen gekauft sind? Das werde ich euch bald zeigen, meine Freunde, denn das Set-Up steht da jetzt.